Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Atze, Mensch, wo erwische ich dich denn, du Weltenbummler? Diesmal muss ich es fragen. Wo steckst du denn, du Teufelsbraten, du Käpt'n Kuck der Meere, du... Das ist schon die Begrüßung. Nein, du Francis Drake der Gerechten. Genau, Freibäuter im Auftrag ihrer Majestät, Königin Gina Wild. Ja, ich bin gerade wieder in Miami Beach für ein paar Tage. Wir waren zwischendurch mal Key West von Miami Beach aus gestartet, aber schon morgen geht es dann nach Boston. Ich sitze hier in Badehose und morgen ist dann tatsächlich wieder Jacke und Pullover angesagt. Es geht nach Boston, da möchte ich als alter Musikkondisseur sagen, it's more than a feeling. More than a feeling, genau. Wohnt nicht Aerosmith? Ich wohne da auch, zumindest Steven Tyler. Ja, sagen wir mal so, Teile von ihm, die noch nicht aus Hartplastik sind. Ja, er heißt ja auch Tyler, ne? Insofern passt das hier. Also das, was von ihm noch lebendig ist oder das, was von ihm noch echt ist, kommt aus Boston, glaube ich, oder? Genau. Und der Kopf kommt aus Hamburg, der ist nämlich Inge Meisel entliehen. Ich finde, der sieht mittlerweile aus wie Inge Meisel. Ja, es ist, entschuldigen Sie mal bitte ganz herzlich, es ist ja nur die Frage, ob er auch Probleme mit der Gebischfehlstellung hat. Ich glaube, da hatte Inge alles Alleinstellungsmerkmal, neben vielen anderen Frechheiten übrigens. Sie war ja eine, die so beim Dreh am Set aus sich alles rausnahm, was überhaupt nur möglich ist und noch ein bisschen mehr. Ja, man hört ja die schlimmsten Sachen, wie ohne Unterhose auf dem Schminkstuhl gesessen und sowas alles. Ja, oder auch während des Gesprächs mit dem Regisseur mal kurz den Rock gehoben und sich erleichtert, ne? Where all the peaceful waters flow. Oh Gott. Und da heißt es auch für mich heute wieder, mit Licht im Flur einschlafen, ja, einfach noch eingebeten, mehr sprechen. Einfach mal loslassen, ne? Das spricht man in diesen Zeiten ja oft von, ne? Loslassen. Ja. Das haben wir alle bei Inge Meisel gelernt. Oh Gottes Willen, ey. Ja, komm, dann kann ich dich jetzt auch eben... Ja, ja, ich weiß auch. Den Mann mit den drei Streifen auf dem Swoosh im Feinripp-Tempel der Lust, den Toni Kroos der Comedy, der Connoisseur, der die Rechnung nie ohne den Wirts machen würde, der letzte Dudes-Freund Fritz Weppers, das Ragouffin d'Amour, der Nagelsmann, der nageln kann, der Erlöser, meine Damen und Herren. Atze Schröder! Ja, das gefällt mir schon wieder alles gut und ich bin durchaus bereit und im Vollbesitz meiner Geistengkräfte diese Wahl endgültig anzunehmen. Jetzt frage ich dich, jetzt frage ich dich einfach. Ja, bitte. Du hast es gerade angedeutet, Miami Beach, du in Badehose. Ja. Deswegen, lass uns an dieser Stelle fragen, wie war das? Bist du stolz auf die Fotos? Ich meine, vom Playboy fotografiert zu werden, das ist ja schon was Besonderes. Das hat ja auch einen hohen künstlerischen Anspruch. Wollte ich gerade sagen. Sehr ästhetische Bilder. War dir das wichtig? Das, die ästhetische Seite stand im Vordergrund und ich möchte halt meinen Enkeln mal diese Fotos zeigen können und sagen, Opa war auch so einer. Opa beherrscht auch die Blutgrätsche. Ich war neulich am Bahnhof, weil ich mit dem Zug gefahren bin. Ich war unterwegs und stehe so fast so und dachte mir, gibt es wirklich noch den Playboy? Ist das wirklich noch? Man steht da so ein bisschen vor, als ob da so eine Grabplatte von Tutankhamun liegt. Ja, das ist wirklich alles erstaunlich. Aber Florian Beutin, der langjährige Chefredakteur, hat glaube ich das übernommen, hat die Lizenz für Deutschland und lässt das munter weiterlaufen, aber so mit den ganzen Derivaten drumherum. Die mussten sich natürlich auch ein bisschen umtun, aber ich glaube, der treibt da fröhlich sein gesellschaftliches Wesen. Ja, der Cousin meiner Ex-Frau, Gott hab ihn selig, der hatte so Kopfstützen, Schutzpariser sozusagen, Schutzpariser für die Kopfstützen und die waren, da war das Playboy-Häschen drauf. Ich habe letztens noch Socken geschenkt gekriegt bei irgendeiner Fernsehproduktion, wo das Playboy-Häschen drauf ist. Habe ich aber noch nie getragen. Ich warte auf eine passende Gelegenheit. Was meinst du, was würde sich da anbieten? Ganz klar, ganz klar, warte, ich hab's gleich, ganz klar. Kommt ja alles wieder, ne? Ja, 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 ich hab's gleich, warte. Ja, genau, vielleicht einfach mal, ja, einfach auch mal auf, ja, kann man ja auch mal mitten in der Woche auch mal anziehen, oder? Ja, bei dem Anlauf hatte ich allerdings jetzt mit ein bisschen mehr gerechnet. Mir fällt einfach nichts, wo könnte man denn heute noch Playboy-Socken tragen, wenn man jetzt vielleicht beim Sonntagsgottesdienst in der Kirche? Ja, gerade wenn man der Pastor ist und da in der Kanzel steht, da will man ja immer besonderes Vorbild sein. Und dann häls ich jetzt zu Ostern, ich bitte dich. Ja, stimmt. Scheiße, ich hab sie leider nicht dabei, weil sonst würde ich jetzt in der Osterwoche das machen. Und ich hab jetzt eben gerade festgestellt, dass ja der 1. April der Ostermontag ist. Oh! Also der nächste Montag sozusagen, ne? Ja, und da können einige sich bei der Eiersuche schon verarscht vorkommen. Sozusagen. Ja, ja, und ich hab übrigens einen super April-Scherz, weil so über die Jahre gehen einem ja dann doch die Ideen aus. Ja. Und verratst zu Hause noch nicht, wenn dir nichts anderes einfällt, greifst du einfach drauf zurück. Also, du kaufst eine neue Klobürste gleich, ne? Dann packst du in die Spülmaschine. Ja. Lässt deine Perle die Spülmaschine dann öffnen. Ja. Also alles am 1. April, ne? Natürlich. Und stehst da hinten und guckst, nimmst dann die Klobürste und sagst, geil, wie neu. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen alten Witz. Kennst du den Unterschied zwischen einem Duschvorhang und Klopapier? Nee. Merkt man. Ja, ja. Ja, aber ist doch ein Bomben-Gag, oder? Ja, ich finde den Sender zu. Da bist du der Held bei deinen Kindern, wenn du da durchziehst. Ja. Was kostet denn so eine Klobürste eigentlich? So eine normale Plastik? Eine gute ist unter 1000 nicht mehr zu kriegen. Wann hast du die letzte gekauft? Fragen wir mal so. Noch zu D-Mark-Zeiten, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, Fangfrage. Und das kostet ja heute, umgerechnet, da kannst du ja das Doppelte dann dafür nehmen. Aber wie oft sollte man eine Klobürste wechseln? Also mit der Frage war ich noch nie beschäftigt, weil ich ja im Haushalt jetzt auch nicht die Riesenleuchte und Stütze bin. Aber wie oft kauft man eine neue Klobürste? Wie eine Zahnbürste? Ja, spätestens dann, wenn man das Gefühl hat, dass man mit der Bürste nicht mehr überall hinkommt. Ja, genau. Dass das Zahnpasse auch nichts mehr bringt. Das ist echt wirklich eine berechtigte Frage. Wann kauft man, ich habe, weißt du was, ich stelle fest, ich kaufe dann eher mal das ganze Set. Also inklusive Ständer sozusagen. Ja, ja. Gibt es ja auch nicht einzeln, oder? Doch, glaube ich. Oder doch. Aber vielleicht habe ich die ja bis jetzt dann immer nur zum Spülen genommen. Ja. Man weiß es einfach nicht. Ey, das ist wahrscheinlich auch so ein ganz alter Comedy-Trick auf der Bühne, wenn nichts läuft mit dem Publikum. Der Vater von Henni Nachtheim war es, glaube ich, der hat ihm gesagt, Junge, jetzt auf hälsisch, ich kann jetzt nicht richtig hälsisch, aber er hat gesagt, du musst immer einen Büstenhalter in der Tasche haben. Du ziehst mal raus so des Spielens und dann lachen alle. Und genauso wäre die Klobürste wahrscheinlich auch. Klobürste als Mikro unübertroffen. Ja. Ja, oh Gott, das ist eigentlich schon wieder, ja, sensationell. Ey, aber sag mal, ich möchte mal auf den Playboy zurückkommen. Ja. Das war doch immer so, das war doch das Ding, ne? Sind sie stolz vom Playboy fotografiert geworden zu sein? Ja. Immer dieselbe Antwort, ne? Ja, ich habe mit der Familie Rücksprache gehalten. Das war mir auch sehr wichtig wegen der Ästhetik. Ästhetisch müssen sie sein. Und das zweite war immer, ich will meinen Enkeln das irgendwann zeigen können. Ja, ja, seht her. Ey, Gott, ist das schon damals echt eine scheiß Ausrede gewesen, oder? Ja, es gab Zeiten, da hat mich das auch gar nicht interessiert, warum, ne? Nein, da war man einfach ergebnisorientiert. Ganz genau, ganz genau. Und ich habe es immer nur wegen der Interviews gelesen. Und was wirklich gut war, war die Witze-Seite, das muss man schon sagen. Ja, habe ich bis heute noch einen ganz großen Kracher, den ich aus dem Playboy habe. Und zwar, wohin kann sich ein 800 Kilogramm schwerer Gorilla hinsetzen? Ich weiß natürlich, aber sag's bitte. Wohin er will. Ja, die kurzen waren immer die besten, ne? Ja, und den fand ich damals schon, den fand ich schon, um es mit Heinz-Ziemer zu sagen, das war ein sensationeller Witz. Aber, ja, Playboy, meine Mutter hat die Sammlung meines Bruders zerstört. Ei, über Jahre zusammengetragen. Einfach weggeschmissen. Einfach weggeschmissen. Ja, das gibt's doch gar nicht. Und da fragt man sich, ist Mord immer strafbar, ne? Ja, und da fragt man sich, warum man ein gestörtes Verhältnis zur Mutter hat, oder? Ja, das hätte ich ja auch nie verziehen. Aber ich bin nie ins Sammeln gekommen. Es war nicht so, dass ich, das sei ja immer, ich glaube, bei meinem Vater habe ich mal einen in der Schublade seines Nachtschränkchens gefunden und habe ich, glaube ich, hier schon mal angedeutet, seine Reaktion war ansatzlos, aber blitzsauber, oder? Also er meinte, dass die regelmäßig duschen gehen, ne? Er wollte quasi noch so ein bisschen Pädagogik mit unterbringen. Okay, toll, Alter. Das ist doch verrückt. Und heute liegt das da immer noch im Bahnhof. Und du denkst dir einfach noch, das gibt's doch gar nicht. Wir haben noch hier diesen kleinen Kasten. Ja. Das ist ja praktisch so, das ist so, der Playboy ist mittlerweile das Fix und Foxy unserer Generation. Ja, und sag mal so, von der Grenzüberschreitung kannst du ihn ja fast mit in die Kirche nehmen, ne? Ja. Heute hast du Zwölfjährige, die bei YouPorn aber schon sämtliche Abteilungen durchhaben, ne? Oh Gott, oh Gott. Wenn es das erste Mal stattfindet, denken die auch, fangen wir schon an oder warten wir noch auf die anderen? Oh Gott, das ist ja alles... Ja, ja, ja. Ich hab aber noch einen schönen, ich hab schon einen schönen Witz, der noch zu Ostern passt. Ah ja? Wofür braucht man 500 Facebook-Freunde? Jesus hatte zwölf und schon da war ein Arschloch dabei. Naja, also schön österliche Witze hier. Ja, und einfach die Sache auch mal im Wesentlichen auf den Punkt bringen. Ja, absolut, absolut. Wie ist denn, jetzt mal vom Playboy rüber wieder in Miami Weiß, ist es immer noch so pastellig, ist es immer noch voller Leben, ist es noch Latin, ist es noch pulsiert noch Gloria Estefan and the Miami Sound Machine? Ich glaub, die kennt hier wirklich keiner mehr, das muss ich schon sagen, aber ansonsten absolut pulsiert. Du hast ja hier viel Art Deko, was du gerade angedeutet hast, dann dieses Pastellfarbige, du hast viel Rosa und Grün und das ist schon, ja, das macht schon Spaß, wenn man da so lang marschiert. Die sind auch sehr stolz darauf, viele Häuser, die jetzt umgebaut werden, modernisiert werden, da werden so, ähnlich wie in Münster, wenn es am Prinzipalmarkt ein neues Haus gibt, wird die Fassade komplett abgefangen und die Fassade damit integriert. Das ist schon Wahnsinn. Jetzt war aber gerade Spring Break. Aha, was bedeutet das? Der Frühlingsanfang? Nee, dann haben die Studenten College-Ferien, seit jeher, schon seit Jahrzehnten, als ich das erste Mal, ui, das ist lange her, 30 Jahre, ich glaub 40 Jahre war ich das erste Mal hier, da war in Daytona Beach, Daytona Beach und in Fort Lauderdale, in Kalifornien wird das natürlich auch so durchgezogen, war Spring Break und das war schon wild, echt wild. Da ging es wirklich drunter und drüber und Nächte durch, aber jetzt ist ja mittlerweile Bürgerkrieg, wenn es Spring Break ist. Viele junge Leute und die ticken dann komplett durch, so viel Polizei, es gab hier sogar jetzt während der ganz harten Zeit des Spring Breaks, gab es hier Ausgangssperre ab, nachts um 12. Und weil auch in den letzten Jahren einige Schießereien hier waren, das ist schon, ja, bitte? Ja, aber Ausgangssperre, richtig? Ja, 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 das ist dann so wie 1. Mai in Neukölln. Ja, okay, und das war mit der FDP zu machen? Das war mit denen nicht abgesprochen, aber die wissen ja nicht, was bei der Jugend los ist, aber das hat schon ganz schön Ausmaße angenommen. Mittlerweile machen die das auch zu großen Teilen in Mexiko, weil da natürlich noch mehr erlaubt ist und hier ist, und keine Ausgangssperre bevorsteht, aber hier ist die Polizei da massiv im Einsatz. Jetzt diese Woche ist schon alles wieder etwas abgeflacht, jetzt ist hier Music Week, überall ist es echt laut, gerade so in den Gärten- und Poolbereich der Hotels und wir waren eingebucht im National Hotel, so ein Hotel, wo es so aussieht wie so aus den 40er, 50er Jahren. Ganz tolles Hotel, eher so als Jazz-Hotel für mich abgespeichert. Ich war da schon ein paar Mal und denkst eigentlich wirklich, da kommt jetzt gleich Charlie Parker oder Lee Morgan um die Ecke. Wow. Und die hatten aber Gott sei Dank uns 24 Stunden vor Ankunft geschrieben, dass bei denen im Garten auch gerade aufgebaut wird für die Music Week und dann haben wir das schnell noch umgebucht, haben da storniert, in ein anderes Hotel eingecheckt und das ist echt, wenn die hier loslegen, das ist wirklich so laut, das ist nicht so, dass du sagst, naja komm, dann lass ich die Zimmertür halt zu, dann stehst du wirklich senkrecht. Ja, das war jetzt hier die ganze Woche und unter anderem einer der ganz großen Stars war hier Robin Schulz, DJ Robin Schulz aus Osnabrück. Unser Robin. Ja und wirklich, dann wird so am Beach auf und ab geflogen mit irgendwelchen leistungsstarken Flugzeugen und so eine Werbung hinter sich hergezogen, wie man das von früher noch kennt und da stand dann riesengroß Tonight Robin Schulz. Ja, 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 also aber um die Frage zu beantworten, hier ist immer noch der Teufel los, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das heißt mit der Ausgangssperre, das lässt mich gar nicht los, weil das ist ja dann mal nicht so einfach, also wie man sich das dann, ist das dann auch so, muss man sich vorstellen, richtig dann Polizei mit Waffen und die sind ja dann mal nicht so, ich glaube so in Amerika sollte man besser nicht auf so einen Polizisten zugehen und sagen, scheiß Bulle, verpiss dich doch einfach, oder? Ja, das ist schon, die haben ein echtes Konzept, das kann man sagen. Gleichwohl sind die natürlich auch vorsichtig mit den jüngsten Entwicklungen, vor allen Dingen seit George Floyd, wird da auch etwas vorsichtiger agiert. Aber ein riesen Aufgebot und riesen Trucks der Polizei, so quasi mobile Polizeiwachen, alles ist ausgeleuchtet nachts, Wahnsinn. Miami ist absolut faszinierend, so als Amerikas schwuler Schmelztiegel zieht das ja von jeher so ein vielfältiges Publikum an und ja, das sind halt hier immense Möglichkeiten und ikonische Erlebnisse. Ja, von kantiger Kunstszene zu wunderschönen Stränden, innovative Küche, Ökotourismus, Nachtleben, ach, Miami ist ja auch das ultimative LGBTQ-Reiseziel aus vielen Gründen. Das ist nicht nur ein sinnlicher Spielplatz für Sonne und Spaß, sondern auch Stil, Raffinesse und danach das Art-Deko-Viertel, alles so in rosa und türkis, herrlich wie aus dem Bilderbuch. Das ist einfach Leben pur. Was mich interessiert ist, ist das denn eine Stadt, könntest du da immer sein? Ja, 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 ganz klar. Also du hast ja einmal zwei Städte, die oft zusammengeschmissen werden. Das ist einmal in Miami Beach, das ist ja auch so eine riesen Landzunge, so eine Insel sozusagen, wo du rüberfährst von Miami aus. Aber Miami ist eben eigenständig und die Mischung hier ist immer Sonne und Strand, Musik. Dann hast du, ist ja glaube ich der drittgrößte Kunststandort in den USA nach New York und Chicago. Das heißt, sie hast so an jeder Ecke Kunst. Du hast ja auch sehr viele angesagte Museen. Das heißt, du könntest jederzeit und bestimmt drei Wochen lang oder vier Wochen immer neue Sachen dir ansehen. Und dann ist hier eine extrem gute Stimmung, weil hier so viele Latinos sind. Es gibt hier eben auch viele Einwohner von Miami, Miami Beach, die gar kein Englisch sprechen, die nur Spanisch sprechen. Und es ist ja auch eine riesen kubanische Gemeinde hier, gerade 59, als dann in Kuba die Revolution war, sind hier viele rübergekommen. Und das tut der Stimmung natürlich extrem gut. Hier siehst du sehr viel lachende Gesichter, sehr viel Musik und das hat echt was. Hier ist wirklich so ein richtiges Easy-Going. Krass und da ist es jetzt heiß. Ja und ich könnte hier tatsächlich leben. Meine Schwester war ja tatsächlich auch mal für eine Zeit, drei Jahre. Zu der Zeit war ich öfter mal in Miami und da war es wirklich immer so, wenn der Flieger aufging, dann hatte ich gute Laune und so war es jetzt auch. Jetzt sind wir vor der ganzen Lautstärke so ein bisschen geflüchtet für ein paar Tage nach Key West. Key West, da fährst du über 30 kleine Inselchen. Die Bundesstraße 1 sozusagen, die endet dann in Key West. Und da ist immer noch so der Rest von Hemingway, Hippie Life, Schulesleben, sehr viel Kunst auch, sind immer noch Reste über. Jetzt haben die leider auch schon Kreuzfahrtanleger, das heißt da im Sloppy Joe, das war ja die Stammbar von Hemingway. Das hat jetzt schon ein Ballermann-Feeling, auch mit Security, wie im Megapark. Aber das war mal ein schöner Ausflug wieder. Aber das ist doch krass, also ich schätze mal Boston, na wie viel sind das, 3.000, 4.000 Kilometer weg? Ja genau, dreieinhalb Flugstunden so. Eieieiei, und da ist das Klima jetzt so, wenn das so weit weg ist, dann ist das ja relativ oben schon Norden, Kanadamäßig. Wie viel ist da jetzt so, 12 Grad, 13 Grad? Ja, ja, genau. So wie Hamm, würde ich sagen, oder? Ja, 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 genau. Oh, das ist aber echt unglaublich. Da sieht, also man hat sehr, weißt du, was ich immer oft denke, wenn wir so von Amerika reden und so. Ja, ja. So, was machen die denn da? Ja, da denkst du ja immer nur in den Kategorien, ja, ungefähr doppelt so groß wie Deutschland. Ja. Du denkst ja irgendwie, ja, so groß wie Frankreich ungefähr. Und ich finde, es hat, habe ich neulich mich mit jemandem drüber unterhalten, das ist ja, wenn du jetzt zu so einem Ami sagst, was macht ihr denn da hinten für eine Scheiße? Ja, genau, ja, genau. Mit dem, mit dem um den, oder mit, 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 äh, euer Mauer und der wohnt da irgendwie oben in Boston und, und dann wird, das ist ja so, als wenn du hier sozusagen jemand unten im Griechenland sagen würdest, äh, so am entferntesten Ausläufer immer, was macht ihr denn da für eine Scheiße? Ja, oder, oder, genau, du fragst in Oslo jemanden, äh, was ist denn da in, äh, in Andalusien? Was habt ihr denn mit der Mafia? Ja, oder, ja, genau. Ne, ihr, mit den, mit euren Spaghettis immer, äh, also ich will sagen, das ist ja so groß, das ist ja alles so weit auseinander. Ja, du hast ja, du hast ja, du hast ja allein vier, kontinental, hast du ja schon vier Zeitzonen. Und da verwundert das doch gar nicht, ja, wie soll man sagen, dass die Probleme, die in diesen Länden, oder in diesem Riesenland herrschen, dass man das nicht so einfach runterbrechen kann. Das ist ja Wahnsinn. Ja, 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 es ist wie immer, ne, so, wenn man erstmal hinfährt, stellt man fest, ist alles doch ganz anders. Ja, ja, fau, also es ist schon faszinierend, so weit wegzufahren, immer noch im selben Land zu sein, in eine ganz andere Zeitzone zu kommen, in eine ganz andere Klimazone zu kommen und wahrscheinlich dann auch, ja, Boston ist ja Neuengland, würde ich mal sagen, ist ja wahrscheinlich auch viel europäischer geprägt als Miami, letztendlich. Ja, sagt man so, ne, dass Boston eigentlich so die europäische Stadt ist, ne. Ja, also, entschuldige dich, dass ich das jetzt so Klischee... Ja, aber es ist ja so, wie du sagst, Boston ist ja tatsächlich die europäischste Stadt. Ja, das ist Wahnsinn. Aber du hast, ich bin mal nach Korea geflogen, nach Seoul, und da fliegst du dann von Frankfurt aus los und fliegst von den elfenhalb Stunden nach Seoul, fliegst du über acht Stunden nur über Russland. Wahnsinn, ne. Ja, das ist, wenn du, du schläfst an dem Pfandschen eine ganze Zeit, wirst du wach und bist immer noch über Russland. Ja. Und da machen wir uns halt kein Bild davon, wie, was das zu anderen Einstellungen führt eben, ne. Ja. Ich habe mal gelesen, es gibt Leute in Russland, in so entlegenden Gegenden, die könnten dir nicht mal sagen, wer Putin ist. Kann gut sein, ne. Ja. Oder wenn du da irgendwelche, welche Mongolen, habe ich neulich noch so eine Dokumentation gesehen auf Arte über so einen Mongolen, der einfach gut mit Pferden umgehen kann. Und schon war ich wieder verloren irgendwie. Ich habe so dreiviertel Stunden, wie einfach das Leben und so. Und ja, wirst du wahrscheinlich recht haben, ne. Und der wird auch sagen, was interessiert mich das, was da irgendwie 6000 Kilometer von mir weg ist. Ja, ja. Ist ja wahrscheinlich gar nicht betroffen. Und, und, ähm, ja. Ja, verrückt, ey. Ja, das finde ich schon, das finde ich schon, äh, wirklich, äh, faszinierend. Und, meine Güte, ich meine, ich kannte Boston immer nur tatsächlich aus dem Song von Alex Harvey. Boston Tea Party. Ja. Die Boston. Ja, die Boston Tea Party 1773, weil da kam die Textzeile, the king has said he's gonna put a text on the tea and that's the reason why your Americans drink coffee. Na ja, und, äh, da merkt man sich so irgendwie so ein oder anderen Sachen, aber man hat ja dann doch letztendlich, ähm, kann sich das gar nicht vorstellen, wie groß das ist, wie weit das ist. Das ist ja auch so für mich der Antrieb, dass ich denke, ich muss das sehen, ich muss da hin. Ja. Weil, äh, man liest viel, man hört viel und, äh, dann denke ich so, das gucke ich mir doch mal an. Ach, ja. Ja, ich kenne doch jemanden, der, äh, hast du das mal gemacht? Bist du mal, äh, ein Traum, Bekannte von mir hatte mal den Traum, die möchte einmal mit der transsibirischen Eisenbahn durch ganz Russland fahren. Äh, nee, also bei mir wär's die 18 bis nach Istanbul, aber, äh, nein, ich kann aber sowas verstehen. Ich kann, äh, verstehen, dass man dann, äh, diese Erlebnisse dieser Reise, äh, wirklich haben will und am eigenen Leib eben spüren will. Ja, das kann ich schon sehr gut verstehen. Aber, ähm, man muss ja nur über irgendeine Stadt was lesen, da will ich da hin. Wenn ich irgendwas über Basra lese im Irak, selbst da habe ich ja dann schon mal den Plan gehabt, da hinzufahren. Äh, mein Umfeld fand das nicht so lustig. Ich hatte sogar eine Einladung, aber, äh, da hieß es auch, bitte, bitte auf jeden Fall eine schusssichere Weste besorgen. Bitte, ja, bitte, bitte, bitte. Aber das hilft dir natürlich auch nichts, weil, wenn du einen zwischen die Augen kriegst. Nein, aber ein Riesenthema wär's, ne? Aber wie, jetzt erzähl du doch mal, wie ist es in der Heimat, wie ist es in Boston Deutschlands? Wie ist es in Hamm? Was ist mit der Zugteilung in Hamm? Ich habe keine verdammte Ahnung, ey. Ich meine, das ist klar, das Hammer-Symphonie-Orchester ist natürlich ähnlich bekannt wie das Boston-Symphonie-Orchester. Ja. Aber das ist, äh, es hat sich in vielen Teilbereichen auch nicht durchgesetzt. Ach, hier ist eigentlich, ach, wie soll ich sagen, hier ist alles beim Alten. Also, äh, tatsächlich, was mich diese Woche wirklich, wirklich bewegt hat, war tatsächlich das Länderspiel. Ja, ich hab's heute schon gelesen, äh, Lothar Matthäus hat gesagt, wir müssen Weltmeister werden. Er hat's kategorisch verlangt. Und, äh, das finde ich natürlich auch wieder klasse. Ein gutes Spiel. Ein sehr, sehr gutes Spiel. Schon sind wir wieder weh, ne? Ja, das ist, deutscher geht es nicht wirklich. Der ein, kaum wieder ein Spiel gewonnen, wo man sagen kann, puh, gut, dass das mal aufhört. Da ist es gleich, äh, auf Jahre hinweg umschlagbar. Ja, genau, genau. Äh, alles ist weggewischt, ne? Äh, in der Form können wir alle schlagen. Wir werden wir Europameister. Und dann verlangt man auch mindestens Finaleinzug. Ja, Finaleinzug. Ja, nicht, nein. Wobei, äh, Lothar geht ja schon weiter, ne? Auch nicht nur Finaleinzug, auch Gewinn, ne? Ja, natürlich. Und da auch richtig wegklatschen, ne? Mit dem 2-0 ist ja nicht getan. Ja, nur mit dem 2-1, da muss man wie im Macerana-Stadion 7-1 weggeknallt, ne? Ja, weggeknallt, sieben Schüsse. Sieben Schüsse weggeknallt. Ja, wäre, 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 wäre Fahrerkette. Da bist du doch schon beim Thema. Was ist denn jetzt dieser Wechsel von Adidas zu Nike? Wie kam das bei dir an? Du als alter Adidas-Jünger. Äh, ja, das ist natürlich lustig. Also, lustig insofern, als dass man tatsächlich sich dabei ertappt, dass man für einen Moment denkt, das können die doch nicht machen. Genau. Das geht, das geht doch nicht. Gerade du, der ja nichts gegen Veränderungen hat, solange alles so bleibt, wie es ist, ne? Ja, und, äh, ergreifst dich wirklich, aber wie du völlig selbst entgriffen hast, das war doch immer so, ist dir jetzt alles schlecht, müssen wir denn hier alles umdrehen, äh, und tatütata. Ja, wenn selbst Robert Habeck ein bisschen mehr Standort-Patriotismus fordert, fand ich schon sensationell. Das hat mich auch erschüttert übrigens, ne? Aber das war natürlich ein wahltaktisches Manöver, äh, um zu zeigen, wir Grünen sind halt auch Patrioten, ne? Ja, wenn die nicht alles kaputt gemacht hätten, dann wäre das doch gar nicht passiert. Ja, das kann ich Ihnen sagen, ne, Friedrich Merz, das hat die Ampel wieder toll hingegeben. Ja, ja, wenn Sie dann einen Bundeskanzler haben, ähm. Ja, was sagst du denn dazu? Also, ich sag dir jetzt mal völlig dazu, dass es völlig scheißegal ist, was ich dazu sage, weil, äh, ich bin einfach einer, der, ich bin einfach, äh, ich bin gut, ich bin natürlich einer, der, wo auf die 60 Jahre zugeht, das ist klar. Ja, hab natürlich alles, äh, alle meine größten Spiele in Adidas gemacht, äh, und, 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 äh, ich hab einfach meinen Sohn gefragt. Ja. Den Zwölfjährigen, der hat gesagt, äh, sag mal hier, die wechseln zu Anheik. Und er sagte einfach nur, endlich wurde auch Zeit. Ich hab ihn mit einem weit wunden Blick meiner eigenen Bruder angeschaut. Ja. Ey, das ist gar nicht, äh, und da hab ich nur gedacht, ey, alter Mann, halt doch die Fresse. Ich hab eine schöne Überschrift gelesen, Tradition zahlt keine Rechnungen. Fand ich schön auf den Punkt. Ja, und du, du denkst einfach, und das ist ja der, das ist der Fehler vieler unserer Generation und darum, warum dir auch mit vielen nicht klarkommen. Ne, du denkst einfach, du sitzt hier am Schalthebel an der Macht, auf dich kommt's an, auf deine Erfahrung kommt's an. Und pass mal auf, ey, erklär dir mal eben, wie die Welt ist. Und dann sprichst du mit so einem jungen Typen und sagst, ja, Adi, das, Nike ist doch sowieso viel geiler. Und du willst gerade Luft holen und, äh, und so eine innere Stimme, so die zärtliche Cousinenstimme, klopft dir auf die Schulter und sagst, ey, lass das mal lieber. Ja, laber dich jetzt hier bloß nicht um Kopf und Kragen. Ja, ja, vor allem, weil Adidas ja auch kein deutsches Unternehmen mehr ist, ne? Ja, das ist natürlich die, das ist natürlich ein Global Player, ne? Ja, 86 Prozent der Aktionäre, also der Besitzer des Unternehmens, 86 Prozent kommen aus dem Ausland. Ja, das heißt, 14 Prozent ist das nur noch deutsch, Adidas. Ja, und deswegen, ich sag dann immer, das ist nicht mehr mein Mallorca, ne? Ja. Und, und, ich hab ja, du weißt ja, ich hab eine stadtliche, ah, so stadtlich ist die jetzt auch schon nicht mehr. Ich hab ja eine kleine, kleine Sammlung neu von meinen Adidas-Tourenschuhen. Hast du abverkauft? Der Kurze, ne, der Kurze hat ja jetzt meine Schuhgröße, schon mit zwölf, hat der meine Schuhgröße, ne? Ja. Und da hab ich mich deutlich erwischt, dass ich dann wirklich sag, ja, da kannst du doch mal, da kannst du doch mal jetzt schön dir ein paar Schöne aus meiner Sammlung rausnehmen und dann trägst du die doch schön. Ey, dieser Blick, der mich getroffen hat, diese, diese, diese Mischung aus, Mischung ist immer schon mal gut. Diese Mischung aus Mitleid, Verachtung und Resignation. Auch als Toleranz bekannt, diese Mischung. Einfach nur und so leichtes Gemurmel, ey, lass mal es nicht mal, nee, ist nicht so meins. Wo du dachtest, achso, er formuliert es auch noch so, dass es, dass es dir nicht wehtun soll. Da hab ich gedacht, ja, wenn ich wahrscheinlich in seinem Alter gewesen wäre, da hab ich noch gedacht, wie gut der Junge erzogen ist. Weil ich hätte wahrscheinlich damals, ich hätte wahrscheinlich gesagt, lass mich mit deinem Scheiß hin, Uwe, bist du noch ganz frisch in der Birne? Wenn deine Mutter gesagt hätte, du kannst auch mal ein paar von meinen Schuhen anziehen. Ja, oder von meinem Stiefvater oder um Gottes Willen für meinen, ey, wenn mein Vater verachtet für seine Schuhe, die er getragen hat, ey. Übrigens, ich hab noch schön, da kannst du euren Kurz auch mit auf die, aufs Glatteis führen. Du fragst ihn, was ist die Hälfte von acht? Und wenn er sich noch wundert über die Frage, sagst du, halb acht. Ja, sehr schön. Das finde ich schon sehr gut. Wenn er gleich nach Hause kommt, dann nimmst du ihn mal richtig schön auf die Schippe. Aber der trägt natürlich sowieso schon die ganze Zeit nur Nike-Schuhe und das ist schön, wenn du so eine Jugend im Haus hast und die gerade aufpustern willst und so einen Scheiß von dir geben willst, das war doch schon immer so, ist denen denn gar nichts mehr heilig und das ist nicht mehr meine Welt und sowas alles. Nee, dann änderst du dich Gott sei Dank noch und denkst, ich sag jetzt mal besser nichts. Ich sag jetzt mal besser einfach gar nichts. Ja, ich mein, wir als Generation, ich mach's jetzt mal etwas weiter mit Vorbildern wie Paul Breitner, Berti Vogts, Jürgen Kohler und, und, und. Da sollten wir vielleicht tatsächlich nicht so eine große Fresse haben. Nein, das ist, zumal ich natürlich als Kind auch sowieso, eigentlich, ich war ja Gladbach-Fan, die haben ja sowieso Puma getragen. Achso, okay, ja. Ja, Adidas war ja eh so eine Bayern-München-Abteilung eigentlich eher und damit wollte man ja eigentlich nichts zu tun haben. Das war dann der Bruder, ne, der dann Puma getragen hat. Ja, ja, Rudolf, Rudolf, ganz genau. Der eine Adolf, der andere Rudolf, ja. Adi, Adi, Adidasler genau und Rudolf Dassler, ja, das ist, also von daher, ach komm ey, alles gut. Und, ähm, tatsächlich, weil sich die Politik wieder mal nicht zu dämlich in das Horn zu tröten, ähm, naja, aber machen wir's mal. Was mich an der ganzen Sache wirklich gefreut hat, ist einfach so ein Wahnsinns-Typ wie Toni Kroos. Da müssen wir doch mal einfach, äh, ich hab einen neuen Begriff geprägt, Cross-Over. Aus der Rockmusik kennen wir alle Cross-Over. In der Fußballwelt heißt das jetzt nur noch Cross-Over. Boah, ehrlich, der Steipers, der Geniale, in der dritten Sekunde, oder wann war's? Ach, ich hab mich so gefreut, äh, ja, und der Typ, und dann ist der sowas von uneitel, so unprätentiös, ne. Ja. Du kennst ihn, glaub ich, persönlich, ne. Ja, ja, super Typ, echt. Aber, äh. Ich hatte auch schon wieder einen verschiedenen Foren, ich glaub sogar auch beim Kicker gesehen, online. Nein, du kannst ja spielen, wie du willst, auch wie Toni Kroos da, ne glatte Eins als Note gekriegt, und dann gibt's auch trotzdem welche, die schreiben völlig überschätzt. Querpass-Toni und so, ne. Ey, es gibt, da wird es wirklich zum Verrückt werden. Du kannst machen, was du willst, es wird immer Leute geben, die das Scheiße finden. Ja, und das ist so, ja, ist das nicht, ich weiß es nicht, warum geht man immer, warum, ist das so speziell deutsch, dass man mit solchen Leuten, dass man die immer so ein bisschen klein halten will, dass man, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber das sollte man sich hinter den Löffel schreiben, du kannst machen, was du willst, äh, und vor allen Dingen, das Schöne bei Toni Kroos ist, es interessiert ihn wirklich auch überhaupt nicht. Ja. Das war ja selbst 2014 in Brasilien so, dass er nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft, als alle da völlig durchtickten, ich glaube, mehr oder weniger in aller Ruhe erstmal in die Kabine gegangen ist, ein bisschen frisch gemacht hat, wobei er könnte, glaube ich, auch ohne duschen nach dem Spiel und, ja, hat sich dann mit gefreut, aber jetzt auch nicht so, ne, hat sich wahrscheinlich schon aufs nächste Fußballspiel wieder gefreut. Ja, ja, aber, äh, gut, äh, am Nagelsmann hat es bestimmt nicht gelegen, dass sie so gut drauf waren, das habe ich, das habe ich dann auch schon wieder gelesen, irgendwie, dass man sagt, naja. Echt? Natürlich, man liest alles einfach, man liest alles und man stürzt einfach, irgendwann erwischt man sich dabei, dass man denkt, ich lese jetzt einfach gar nichts mehr, ich genieße einfach, ich gucke mir das Spiel an und freue mich einfach, ach, ist alles schön. Ach, ja, ja, ja. Sag mal, dein, äh, ja, was sollen wir sagen, ja, er hat dich verklagt, weil, weil er, weil er, wie soll man es formulieren, er fühlte sich hier so ein bisschen... Falsch dargestellt. Falsch dargestellt. Von mir auf der Bühne, was habe ich noch gesagt, der ist, äh, so beim Knutschen nimmt er erstmal das Gebiss raus. Ja, äh, unter der Dusche, wer hätte das gedacht, wie war das noch, Fritz Wörfer, der steht unter der Dusche. Hat seinen Bimmel in der Hand und sagt, Junge, wer hätte gedacht, dass du vor mir stirbst, ne? Ja, das fand er nicht gut. Ein herrlicher Witz eigentlich, ne? Ja. Und da hätte er eigentlich... Und wie, jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß. Weil ich wurde natürlich gleich auch gefragt, sag mal, war da nicht irgendwie was? Äh, kaum, äh, kaum, kaum, kaum hast du das gelesen. Und ich dachte mir so, ja, und, äh, jetzt, äh, was glaubt ihr jetzt, dass wir, äh, alles, was man liest, ist, dass jemand gestorben ist und das tut einem leid, aber... Ja, natürlich, von mir aus hätte er auch noch länger, macht mir das super leid, aber, äh... Sollen wir uns jetzt ein Büßerhemd anziehen oder was? Wir haben ihn wenigstens schon zu Lebzeiten geehrt, oder? Ja, ganz genau. Das waren doch Witze für die Ewigkeit, herrlich. Ich hab damals auch Kalli Kallmund durch den Kakao gezogen. Kalli Kallmund, äh, hatte mir dann, hatte über die Bild-Zeitung mir ausrichten lassen, dass ich nur neidisch bin. Und das fand ich eine super... Ja. Da ging's drum, selbst der, die dickste Kerze hat irgendwo einen Docht. Da ging's drum, wie er das geschafft hat, mehrere Kinder zu haben, ne? Ja. Und, äh, er fand's lustig. Und ich hatte ja über Ulrich Wickerts Kinder, der hatte ja Zwillinge. Ulrich Wickert, damals, äh, unser Korrespondent noch aus, äh, Paris. Ja. Und dann großer Feinkenner und dann mit den Zwillingen, da hab ich gesagt, ja gut, beide gesund, aber einer korkt. So. Und kurz drauf hatte ich dann Ulrich Wickert getroffen bei Lanz in der Sendung, so Backstage. Und dann, äh, er konnte herzhaft drüber lachen. Und das fand ich, ja, also, sowohl von Kalli als auch von Ulrich Wickert fand ich das sehr souverän. Ja, ey, das geht doch auch gar nicht anders, weil, man wird doch nur parodiert, man findet doch nur statt, wenn man irgendeine Bedeutung hat. Ja. Ich weiß doch, als, als du damals anlief, die erste Folge, der allererste Kommentar damals in meinem Gästebuch war, du siehst aus wie ein virendes Pferd, den man auf den Kopf geschissen hat. Aha. Und, äh, ja, da hab ich auch gedacht, er fand sich ja nicht ganz so gut. Aber weiter geht's, ne? Ja, ich bin immer nur froh, dass es zu Till und Obel Zeiten keine Handys und derartiges, was wir da alle so von uns gegeben haben, das war bestimmt auch nicht mal die feine Art. Nein, das war zu 90 Prozent justiziabel, aber verjährt. Ja, der... Chance verpasst. Ich hab die beiden, ich hab beide Brüder mal getroffen, und zwar nicht mehr bei Till und Obel, sondern Solomäßig war ich damals bei, damals, da ist ja auch jetzt schon lange her, Hermann und Tietjen hieß es da noch. Ja, stimmt. Als Eva Hermann, als sie noch nicht dem Wahnsinn anheim gefallen war. Und da war ich in einer Sendung bei Hermann und Tietjen mit den beiden Wepperbrüdern und, was eigentlich meine schwerwiegendste Erinnerung ist, Rolf Zacher. Ja, oh ja. Den Schauspieler. Ja. Und der war komplett irre. Also das war wirklich einer der ersten... Ja, das war ein Hund, ne? Den ich je erlebt habe. Das war ein Hund. Erstmal hat er natürlich, während er mit mir sprach, gleichzeitig meine Frau angebaggert, aber... Aber... Aber richtig. Aber auch lustig. Also du kamst aus dem Lachen nicht mehr raus, ne? Ja, ja. Und war richtig gut und die Wepperbrüder waren auch total sympathisch. Ich hatte natürlich, wie konnte es anders sein? Ich wurde dann irgendwann natürlich gefragt, hör mal hier, du kannst so parodieren und sowas alles. Und was ich da so am Parodien gemacht habe, und da haben sich die beiden Wepperbrüder weggeschmissen. Wirklich. Ja, damit haben sie dich natürlich oder mich auch als Komiker, ne? Sobald einer lacht. Ja. Den kann man noch vorher so schlecht gefunden haben. Ja, natürlich. Super Typ, also super. Ja. Ach, herrlich. Ja, ja. Alles gut, alles gut. Das von daher. Deswegen ist hier eigentlich gar nicht so viel Großartiges passiert. Außer, dass man eben halt immer wieder, dass ich sehr froh bin, dass ich die Kinder habe. Einfach. Das hält einen wirklich... Ja. Das gibt einem immer sofort einen anderen Blickwinkel. Ja, tut ja. Man nimmt sich nicht, ich nehme nicht Mann, ich nehme mich nicht so wichtig, weil ich permanent aufgezeigt bekomme, dass das, dass mein Denken überholt ist oder, oder auch nicht. Das kriegst du ja auch gespiegelt. Ja. Also es wird hier ja nicht nur fertig gemacht, sondern ab und zu heißt es auch, ey Papa, da hätte ich mal besser auf dich gehört. Oder da hat neulich einer das und das und das erzählt und da weiß ich noch, dass du mir gesagt hast, so und so. Und da habe ich noch gedacht, da wusste ich dann was besser, weil du es, weil ich es ihr erzählt habe. Ja, 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 ja. Das passiert ja genauso. Man wird ja hier nicht nur mitleidvoll angeguckt, sondern man argumentiert ja auch zwischendurch. Ja, genau. Ist so, ne? Ja, und so kurz war jetzt bei Oma in Spanien. Ja. Und hatte auch ein paar Leute getroffen und dieses und jenes. Und dann hast du mir so einiges erzählt und da habe ich gesagt, siehste, jetzt bist du selber in der Lage, die Dinge in die Hand zu nehmen und jetzt machst du das selber. Und das ist, weil du dieses und jenes gelehrt hast. Jetzt kannst du das besser einsortieren. Und da sind wir nochmal drauf gekommen, dass man als Eltern nicht nur die Pflicht hat, seine Kinder zu versorgen, also in dem Sinne wie ernähren, beschützen, sondern dass man seine Kinder auch füttern muss mit Bildung. Ja, ja. Dass man ihnen Moral mitgeben muss, Standpunkte, eine Haltung, ja, sowas alles eben halt. Ja. Das gehört meiner Ansicht nach eben halt auch zur Erziehung dazu, Kindern zu sagen, nee, wenn dir einer das und das sagt, das ist nicht richtig, dann stehst du auf oder dann argumentierst du und dann sagst du dieses und jenes oder du musst auch mal in Betracht ziehen, guck mal, das kommt daher. Also ich finde, es gibt mehr als nur Essen und Trinken und ein Dach über dem Kopf, das ist sicherlich das Wichtigste und viel Liebe. Aber, ja, man kann auch noch Bildung in Bildung versorgt Kinder auch. Unbestritten, unbestritten. Ich kann nicht so richtig mitsprechen, aber man erlebt es ja dann doch an jeder Ecke. Ja, aber du bildest es ja auch, wenn du mit deinen Patenkindern unterwegs bist oder sowas, dann nimmt man ja auch jede Gelegenheit wahr. Und du bist ja nicht still, wenn, ja, ich kann das jetzt so schwer an Beispielen festmachen. Ja. Aber es passiert ja jetzt zur Zeit viel, was zum Beispiel auf TikTok. Ja. Die AfD ist zum Beispiel sehr auf TikTok unterwegs. Und da ist es ja wichtig, dass die Kinder damit umgehen können. Dass die wissen einfach, Moment mal, wenn da irgendeiner daherkommt und dieses und jenes erzählt, dann ist das das und das so und so nicht richtig. Im historischen Kontext nicht und dieses und jenes. Oder ich war jetzt am Wochenende in Berlin und bin nochmal vom Hauptbahnhof zum Potsdamer Platz gelaufen. Und das fand ich, fand ich so krass. Ja. Das habe ich so daran erinnert, A, an die Zeit, als die Mauer noch stand, weil ich bin ja genau da hergelaufen, wo die Mauer war. Dann habe ich mich daran erinnert, wie ich selber am Potsdamer Platz, also am Brandenburger Tor auf der Mauer gestanden habe. Ja. Und jetzt, wie das einfach 30, 40 Jahre später alles anders ist. Aber ich bin nochmal an jedem Mahnmal, an jedem Stein stehen geblieben, habe mir das alles nochmal durchgelesen und habe dann den Kindern das erzählt, welche Gefühle ich dazu hatte. Das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du da lang gehst, du kannst dir das nicht mehr vorstellen, dass da eine riesenhohe Mauer war, habe ich jetzt dem Jüngsten erzählt. Ja, ja. Dass Leute da erschossen worden sind, dass da gar nichts stand, dass das und so weiter und so fort. Und die haben dann tatsächlich auch interessiert zugehört. Ja. Ja, das hat dich ja wirklich jetzt nochmal beeindruckt, wa? Ja, das hat mich wirklich extrem geflasht. Warst du denn so lange nicht mehr da? Nee, ich war wirklich lange nicht mehr da. Ja, oder wenn, dann immer nur so, weißt du, so ankommen, in die Stadt reingehen, in den Radiosender mit irgendjemandem was machen und dann wieder zurückfahren. Das muss man einfach gesehen haben, ne? Ja, ja, ja. Ja, sorry, dass ich das jetzt so, aber... Ja, ja, absolut, bist ja sehr beeindruckt, habe ich gerne zugehört. Aber uns läuft die Zeit leider weg, Till. Ja, dann müssen wir jetzt... Hol mal hier deine Gitarre raus, buchst du einmal drüber. Und da heißt es wieder... E-Mail und die Detektive! So, warte, die ersten zwei lese ich mal direkt vor. Meine lieben Lieblingscousinen, danke euch und so weiter. Im letzten Podcast erzählt Till, dass er der Ansicht sei, dass es ganz viele unterschiedliche Geschlechter gäbe. Ich bin jedoch eher der Ansicht, dass es sich hierbei um eine gefühlte Geschlechteridentität oder Geschlechteridentitäten handelt, als um richtige Geschlechter. Ne, Biologie ist das Thema im Gegensatz zur sogenannten Vogue und Zeitgeist, aber sehr strukturiert. Ich möchte euch hierzu einen Artikel aus dem Zeitmagazin Nummer 11 des Jahres 2024 ganz herzlich legen. Hierin erklärt die Evolutionsbiologin Carol Kay Hufen, ehemalige Harvard-Dozentin, ihre die wissenschaftliche Sicht sehr zu empfehlen. Interessant ist auch die Reaktion ihrer Studentenschaft, da glaubt man die Welt nicht mehr zu verstehen. Aber lest bitte selbst, ich habe das Interview für Nicht-Abonnenten der Zeit im Nachgang angefügt. Liebe Grüße, Cousine Martin. Finde ich gut, habe ich noch nicht durchgelesen, aber Martin, wir sind ja immer bereit, was dazu zu lernen und werden uns sicher in aller Ruhe deinen Artikel, den du in der Zeit gelesen hast, zu Gemüte führen. Demnächst mehr davon, würde ich sagen, ne? Ja, definitiv. Man muss es ja erst lesen, habe ich noch nicht gemacht. So, dann hat sich jemand über mich beschwert. Ja, hallo liebe Cousinen, was ist da los mit euch? Ich vermute, irgendwas hat auf Atzes englisches Sprachzentrum gedrückt, weil ihr bei eurem beworbenen Kaltgetränk mit dem Namen Holy liest er die Internetseite immer falsch vor. Er spricht es so aus wie die Wearables, die man am Arm trägt. Er sagt immer, we're holy. Dabei heißt es schlicht und einfach, we are holy. Also wir sind heilig. Und Till, das alte Aas, lässt ihn jedes Mal ins offene Messer rennen. Was? Und das, obwohl er doch Musiker ist und es englisch mächtig sein müsste. Oder spielt er nur gregorianischen Instrumentaljazz? Grüße von Cousine Jochen. Ja, Jochen, da kann ich dich nur einladen. Komm doch mal dahin, wo ich gerade bin. Also meine Schwester wohnt in den Südstaaten, in North Carolina, in Charlotte, aber auch hier in Florida. Aber fast für die ganzen USA. Selbst in fast dem ganzen englischen Sprachraum. Sagen wir mal, we are family. Gesungen, we are family. Würde hier heißen, we are family. Das ist so ein weggesprochenes Er dann. Ja. Und ich verstehe nicht, we are holy. We are holy. Würdest du hier gesagt. We are holy. Und ja, ist ja da kein Problem. Ich musste, ich habe auch lange gebraucht, um überhaupt zu verstehen, worum es hier geht. Und vor allen Dingen, ich lasse überhaupt gar keinen ins Messer laufen, weil ich bin kein, Englisch ist nicht meine Muttersprache. Was soll das? Aber kein Mensch sagt, we are holy. We are holy. Ja. Ja. Also, vor allem mich als Ass zu bestimmten Frechheit. Das sollte sicher Ass heißen. Ja, so. Ja, also. Siehst du, die Aussprache bringt es ans Tageslicht. Ich habe mal gedacht, dass ich ganz gut Englisch kann. We are happy. Ich bin in der englischen Kindergärten war und in der englischen Schule war und deswegen korrigiere ich niemanden mehr. Ich kann ja noch nicht mal richtig Deutsch. Also, was weiß ich denn, was richtig ist und was falsch ist. Also, Gott, ey. Wir sagen nur, we are happy. Ja. Schulenglisch. Ja, gut. Also, danke für den Hinweis. Ja. Lieber Jochen, sprich du weiter dein Schulenglisch. Wir sind im Wagenleben unterwegs. Hier schreibt man uns Cousine Nadine. Oder sagt man das auch Nadine? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, dass Sarah Conner im Interview wohl immer Adidas gesagt hat, statt Adidas. Und Jor. Und Christian Jor. Christian Jor. Das klingt ja auch besser, wenn du mich sagst. Ja, Adidas klingt auch internationaler. Machen wir uns nichts vor, ne? Sie schreibt uns Nadine. Nadine oder Nadine oder hey Nadine, würde Chuck Berry sagen, is that you? Hallo, ihr zwei Hübschen. Als treue und begeisterte Zuhörerin schreibe ich heute zu eurem neuesten Aufruf zum Thema Was finden junge Frauen an älteren Männern? Fragezeichen, Anführungsstriche oben. Es ist gar nicht so einfach, sich hier zu kurz zu halten. Denn um meine Geschichte zu verstehen, müsste man sich wahrscheinlich Stunden unterhalten oder live dabei gewesen sein. Ich verliebte mich als 16-Jährige in einen Mann, der doppelt so alt war wie ich. Es fing damit an, dass wir ins Gespräch kamen und es fühlte sich so an, als würde es nur noch uns auf dieser Welt geben. Er brachte mich zum Lachen, er konnte zuhören, wusste zu jedem meiner Probleme eine Lösung und gab mir ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Er war ein interessanter Mann. Er sah zudem wirklich gut aus, war clever, verschmitzt und hatte einen herrlichen Humor. Er machte nie Anstalten, mich anzubaggern und gab mir auch ein gutes Gefühl, mich bei ihm sicher zu fühlen. Er hatte eine Art von Zurückhaltung, die mich wahnsinnig machte. Im Laufe der Zeit, obwohl er es aufgrund meines Alters mit allen Mitteln verhindern wollte, entwickelte sie sich aus uns mehr. Wir kamen uns näher. Jedoch war dies immer auf eine sehr liebevolle und respektvolle Weise. Ich wurde nie zu etwas gedrängt und er wartete immer geduldig ab, was ich wirklich wollte. Jedoch versuchte sie sich immer wieder zusammenzureißen und sagte zu mir, ich sollte mir lieber jemanden in meinem Alter suchen. Nun wusste er sich manchmal selbst nicht zu helfen und ich habe ihn immer wieder weichgeklopft. Es vergingen Jahre, in denen ich auch probiert habe, mit Gleichaltrigen oder wenigstens mit Männern aus meiner Generation klarzukommen, freundschaftlich verbunden und so weiter und so fort. Er fehlte mir so sehr. Ich hatte einfach mein Herz an ihn verloren. Auch heute, es sind mittlerweile fast 25 Jahre vergangen, hat sich nichts geändert. Ich bin jetzt 40 und er 56 Jahre alt. Wir können auch immer über alles reden. Er ist so zärtlich und liebevoll wie am Anfang. Wir sind in den ganzen Jahren so stark zusammengewachsen, dass wir uns ein Leben ohne den anderen nicht mehr vorstellen können. Euch ist sicherlich klar, dass dies nur der kleinste Einblick in unsere Geschichte ist. Es gab ganz viele Höhen und Tiefen. Aber wir haben immer wieder zueinander gefunden. Ältere Männer sind für junge Mädels ganz einfach. Verständnisvoller, liebevoller und reifer im Benehmen und im Kopf als die Männer der eigenen Generation. Dieses Verstandenwerden war für mich wie eine Wohltat. Ich sende euch beiden süßen ganz liebe Grüße. Macht weiter so. Ich freue mich immer auf Freitag, auf eine neue Folge mit euch. Ja, das können wir nur einstimmen. Seid schlau, haltet euch an Männern in unserem Alter, oder? Ja, solange... Du weißt genau, was ich sagen wollte, ne? Ja. Ja, das sage ich aber nicht. Komm, so eine kleine Andeutung. Wir wollen ja alle ein bisschen mitraten. Du, wichtig ist auch nach hinten raus, ne? Dass er noch Dampf auf dem Kessel ist. So ganz genau, ne? Ab und zu will man sich ja auch am Geländer festhalten. Richtig. Dann reicht das Futter nur noch für eine Geiß. Du bist dran. So, ich habe letztens erzählt, dass Carlo und ich unsere wohlverdiente Nachmittagspause, Kaffeepause, im McDonalds gemacht hatten, bei Vechta. Und dass wir uns so drüber gewundert hatten, dass da so viele Familien Sonntagsmittags zum Essen hingehen. Da hat uns steht Fahm geschrieben, moin ihr Höltenköster. Der angesprochene McDonalds dürfte der an der Abfahrt Holdorf sein. Und das stimmt sogar. Ja, die Menschen dort sind eben etwas bodenständiger. Was vollkommen normal ist, wenn Menschen wie Zuchttiere auf Spaltenböden aufwachsen. Liebe Grüße, eine Cousine, dem die Flucht aus dem Südoldenburger Schweinegürtel gelungen ist. Übrigens, Höltenköster kommt laut NDR Wörterbuch aus dem rauen Lohne Vechta. Ich habe den Güllegeruch der Heimat direkt in der Nase. Ja, danke. Hier hat man was gelernt und konnte lachen. Ja, Stefan, du Höltenköster, herrlich. Worauf er anspielt ist, für alle, die es nicht wissen, Raum Vechta, das ist ein echtes Zentrum für Massentierhaltung. Nicht nur Hühner, sondern eben auch Schweine und Rinder. Teilweise in so richtigen Riesenindustriebetrieben. Und deswegen spricht er vom Südoldenburger Schweinegürtel. Ihm ist die Flucht daraus gelungen. Ja, danke für die Zufrieden. Ach, herrlich. Ja. Herrlich. So, hier schreibt uns Cousine Yvonne. Ich liebe das immer, wenn die Cousinen, die weiblichen Cousinen schreiben. Das zeigt einfach nur, dass wir wirklich ganz vorne sind. Hallo ihr Lieben, ich habe den Begriff, achso, die Mail heißt Fremdschämen. Ja. Das ist der Betreff. Ja. Hallo ihr Lieben, ich habe den Betreff absichtlich so geschrieben, Fremdschämen. Ich schäme mich für solche Aussagen, wie der von der Cousine über Menschen mit Migrationshintergrund. Erinnert mich an Methuselix. Ich habe nichts gegen Fremde, aber diese Fremden sind nicht von mir. Richtig, es ist, glaube ich, uns läuft die Zeit weg. Das geschenkte Dorf, ja. Zum Thema Kölner Silvesternacht, das haben wir in München am Oktoberfest jedes Jahr. Massenhaftes Grabschen und Vergewaltigen. Das ist offensichtlich kein Problem von Menschen mit Migrationshintergrund, sondern von Männern und Alkohol. Liebe Grüße, Cousine Yvonne. Und da, ja, toll, oder? Ja, sehr bedenkenwert und ganz genau. Auf den Punkt. Ja. Auf den Punkt. Dann habe ich hier, Thomas Urbaniak hat eine sehr subtile Kritik, was unseren Podcast angeht, geschrieben. Kein Betreff. Also Thomas Urbaniak schreibt, scheiß auf eure Werbepartner, scheiß auf diesen Podcast. Abstoßend. Keine Grüße, keine Adresse. Ja. Das ist doch mal konstruktive Kritik, wie man sie sich wünscht, oder? Ja, natürlich. Oh Gott. Hier schreibt man. Oh Gott. Moin, ihr zwei alten Säcke. Zu einem Thema aus der letzten Folge Altersunterschied bei Paaren möchte ich gerne mal meine Sicht dazu mitteilen. Ich selber bin acht Jahre jünger als mein Mann. Also das ist jetzt nicht der Riesenaltersunterschied, aber bei mir ist es so, dass ich schon seit dem Kindesalter immer mit älteren Personen zu tun hatte. Bin das Nesthäkchen der Familie. Meine Geschwister sind über zehn Jahre älter. Dadurch waren auch immer die Ämterfreunde, waren auch immer die Freunde, die älteren Freunde bei uns im Haus. Da ich auf dem Dorf groß geworden bin, wo alle Kinder im Alter meiner Geschwister waren und es keine in meinem Alter gab, war ich auch viel mit denen draußen unterwegs. Wodurch man schon viel früher als andere Kinder in meinem Alter Dinge sieht, lernt etc. Das zieht sich alles bis heute durch. Ich komme mit Menschen meiner Altersgruppe weniger klar, weil die für mich nicht reif genug sind. Somit ist auch mein Freundeskreis älter, was auch nicht vergessen werden darf und ja auch von vielen Psychologen, Wissenschaftlern bestätigt wurde, dass ein Großteil der Männer einfach später reifen. Die Frauen sind oft weiter mit ihrem Charakter, ihrer Vernunft etc., sodass sie mit älteren Männern besser klarkommen. Ich bin keineswegs spirituell, aber es gibt ja auch Aussagen davon, dass jemand eine alte Seele hat. Und vielleicht bin ich so jemand, in manchen Dingen bin ich anders, als meine Altersgruppe eigentlich ist. Zudem ist es manchmal auch ein großer Unterschied, ob der Partner aus einem Bereich des öffentlichen Lebens kommt oder aus dem normalen Leben. Da spielt sicher auch der Reiz, die Neugier eine große Rolle, wenn man die Möglichkeit hat, mit so jemandem zusammenzukommen und in eine Welt zu kommen, die völlig anders ist. So, nun genug hier. Haltet die Ohren steif. Liebe Grüße aus Lübeck. Ja. Ja. Ah ja. Ah ja. Ja. Ja, wie gesagt. Ich finde das alles sehr gut. Es erklärt mir immer noch nicht, warum. Ja. Warum? Ja, aber das erklärt mir immer noch nicht das Phänomen, was wir eben halt oft im Ritzi sitzend beobachtet haben. Mit Mitte 70 am Arm von Mitte 20. Ja, Michel Ouellbeck hat geschrieben, jeder bringt, was er hat. Der eine Geld, die andere Jugend und Schönheit. Ja, ja. So wird ein Schuh draus. Ich durfte da mal sitzen, als der Bus vorfuhr, eine Veranstaltung vor einem Portal Reift trifft Jung. Da, so wie sugardaddy.com. Ja. Und das, ich habe ja auch schon viel gesehen, aber da standen mir auch wirklich das Maul offen. Das wird schon was heißen. Oh Gott, ey. Ja. Wo Geld ist, kann auch Liebe sein. Haben wir letztes Mal auch schon besprochen, ne? Ich mache hier den letzten Mal hier, wenn du gestattest. Ja, ich fühle mich freuen. Hallo, ihr beiden Chef-Cousinen. Zu dem Hörerkommentar der letzten Folge fällt mir nur ein guter Satz ein. Für den größten Teil der weltweiten Bevölkerung sind auch wir Ausländer. Vielleicht sollte man sich das erst einmal bewusst machen, bevor man in so einer Art und Weise verallgemeinert gegen die Ausländer stänkert. Viele Grüße an Atze. Viele Grüße. Ja, richtig. Viele Grüße an Atze und Till macht so weiter wie bisher. Wir hören uns. Gruß von Jan aus der Nähe von Hamburg. Ja, genau. Ausdrehen, ne? Alles drin. Ausdrehen, alles drin. Wir haben sie einfach, die Cousinen haben wir einfach. So, Mensch, was ist denn, wenn du jetzt so Latin-mäßig unterwegs bist in Miami? Ich sage dir, was wirklich beeindruckend ist, dass an jeder Ecke, wo hier jemand spielt und sei es nur ein Gitarrist mit Akustik-Gitarre oder Gitarristin, die können ja alle singen. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Das ist wirklich ein Klassenunterschied. Hammer. Ja, eben beim Essen spielte noch so ein Typ zur Gitarre und egal welchen Song. Also der hätte auch von Scooter Hyper Hyper singen können in der Akustik-Version. Das wäre auch geil gewesen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ach, Mensch, ey. Ja. Und wozu hat es dich inspiriert? Ja, du, jetzt wird es wirklich kriminell. Und zwar wurde dann gesungen Nessun Dorma. Aha. Das ist die Arie zu Beginn des dritten Aktes der Oper Tora Dot von Puccini. Und das kennen wir alle entweder von den drei Töneuren oder Luciano Pavarotti. Er war, glaube ich, der berühmteste Interpret. Ja, und das muss ich jetzt leider nehmen. Das passt mal so gar nicht rein. Ich weiß, aber trotzdem gehört das auch schon von unseren Hörgewohnheiten her zu den klassischen Nummern, gerade auch von den großen Töneuren, die wir alle kennen. Und da habe ich gedacht, warum nicht mal sowas in die Liste, ne? Also Nessun Dorma von Pavarotti gesungen aus der Oper Turandot von Puccini. Oh, herrlich. Ne, und wie er dann zum Schluss, ne, der war ja noch so richtig im Futter. Und dieser Applaus, ne? Wie das Publikum da durchstickt, das geht mir unter die Haut, echt. Das kann ich total verstehen. Wirklich, ohne Scheiß. Ja, 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 ja. Es erinnerte mich nur gerade so, wie du es so geschildert hast, an diesen Sketch von Polt. Wir waren gestern in der Oper, also Melodien waren das. Melodien. Also, wie er dann an der einen Stelle sagte, es war ja so ein Stück, und da sagte er, ihr seid mir ein Gsindel. Und da sagte er, er sagte sowas wie... Aber ich habe, ich lerne die Klassik auch immer mehr zu schätzen. Ich bin bei dir. Ich kenne mich da nicht besonders aus, aber da habe ich gedacht, so, irgendwie begleitet mich die Nummer schon ein Leben lang. Deshalb nehmen wir sie. Ja, finde ich total gut. Die Black Crowes haben eine neue Single, haben eine neue Single draußen. Ach, nee. Die machen noch neue Sachen? Ja, die haben jetzt ein brandneues Album gemacht. Ich habe es schon gestern bei YouTube, gab es ein Live-Konzert, wo sie die ganzen neuen Dinger raushauen. Wanting and Waiting. Und es ist einfach vom ersten Moment an, es ist eine Black Crowes Nummer. Und, ach, wie sie nur Chris Robinson, ach, die Brüder Robinson sozusagen, raushauen können. Ey, was eine Band, ey. Ja, und auch in dem Interview. Ey, der Typ, ey, ich habe so einen Spaß gehabt, aber im Interview, da fragte dann dieser Typ, der Interviewer, ja, wie ist denn das so mit Zugaben? Spielt ihr noch Zugaben? Und Robins meinte so, ach, Zugaben, ey. Ich weiß nicht, was ich darüber denken soll, weil dann bringst du eine und dann heißt es aber schon, schnell, schnell, Daddy, Daddy, let's go to the car, please. They all go away. Wo er sich so ein bisschen darüber lustig macht, über die Spießer, die dann schnell alle aus der Halle rennen. Ja. Damit sie auch ja nicht im Stau stehen und sowas alles. Ja, 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 genau. Damit meint er wahrscheinlich auch mich. Ich fühlte mich jedenfalls sehr enttappt. Und dann sagt er, und dann die andere Hälfte steht da und will wirklich eine Zugabe und du denkst dir, ja, was denn jetzt? Ja, ja, ja. Und das Ganze erzählt er einfach ziemlich ehrlich und freut sich einfach immer noch diebisch, dass er, wie er immer sagt, dass die bösen Buben des Rock'n'Roll jetzt ab und zu immer noch eingeladen werden und immer noch was zu sagen haben. Das wird ihn freuen. Und ich habe nur gedacht, ja. Und dieses Single ist einfach klasse. Wanting and Waiting vom neuen Black Crowes Album Happy Bastards. Ja, da haben wir jetzt mal eine Kraude-Mischung. Ja. Ja, aber passt wie die Faust auf Auge, denn ich glaube, die stehen sich in nichts nach. Der Luciano. Nein. Vor allen Dingen, sie haben ja den eindeutigen Vorteil, dass sie noch leben, ne? Ja, und ich schätze mal, dass Luciano mehr Party, was Partys angeht, mehr Dreck am Stecken hatte, als die beiden zusammen. Genau, da kann man mal wieder sehen, ne? Wo steckt der Rock'n'Roll? Man braucht nicht unbedingt eine Gitarre, um Rock'n'Roll zu machen. Ne, ich denke mal, der Luciano, der wusste auch so, wie das geht mit der Party und den Meißjes und dem Matjes. Ja, und wie man die lustige Witwe eben stehen geigt. Ja. Ja, ganz genau. Ohne dabei die Gauderfiedel zu bewegen. Ach Mann, ey. Ja, dann pass auf. Ich bin mal gespannt, welche Tea Party du aus Boston zu erzählen hast. Ja, da war ich auch noch nie. Das wird sicher interessant. Ja, bitte berichte uns in der nächsten Folge. Haarklein, wir schalten rüber zu Sven vom Wetter. Ja, und dann werde ich auch erklären, wie man in Boston am Arktetriumph die achtspurige Fahrbahn überquert. Ah, ja. Und da soll mal einer sagen, hier gäbe es nichts zu lernen bei den Cousinen. Alles genau. Ja, dann komm mal gut rüber von Miami nach Boston und ich freue mich auf unser Telefonat nächstes Wort. Alles klar, Till. Mach's gut. Tschüss. Ja, Atze, hau rein. Tschüssi. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.